Und jetzt das 2 zu 0. Hier Jill Roat, erkämpft sich den Ball, kurzer Doppelpass und dann ist sie durch. Ja, Mehmeti gut rausgelegt auf Müller, die wartet zu lange, Müller auf der Linie geklärt. Müller mit dem schwächeren Linken und auf der Linie geklärt von Brandenburg. Jetzt klappt auch mal der Abwurf und jetzt sind sie 2 gegen 1, kein Foul von Kößler. Kößler und Cerci, Melissa Kößler, sie geht alleine, muss jetzt rüberlegen, ist das super! Das ist super! Sie kann eigentlich auch alleine vorbeigehen und dann schließt sie nicht selber ab, sondern dann legt sie ihn rüber, perfekt in den Lauf von Cerci. Jetzt ist sie wie ein Endemann am Ball, muss sich durchsetzen, kann sich durchsetzen, die hat auch die Qualitäten dazu. Und jetzt macht sie noch das 4 zu 1. Das war ein guter Lauf und dann perfekt ausgeguckt. Boah, ein Traumtor! Boah! Jana Wojtekowa! Gibt's ja nicht! Was für eine Granate! Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport!